Nein, da gibt es auch keinen Planeten, die haben das Leon. Nico? Ja, sind wir nicht schon nah dran, ist auch ein Name. Huch. Guck mir das mal hier mal an. Luchas ist da nur. Luchas, wie man das auch aussprechen will. Das sind irgendwelche Leute. Da auch. Ach, das sind hier Dings. Hallo? Ihr seid es. Habt ihr eine Mission? Verrätische Anhänger des Gottes, der kommen wird. Greif ein Spurs für Leute auf dem Planeten Ander an. Unsere Militär unterstützt gerade woanders. Die Mission Neron kann nicht sofort kommen. Kannst du uns helfen, diese bösartigen und willigen Feinde Spurs zu beseitigen? Ist wieder. Die Niederträchtigen werden von dämonischer Energie angeheizt. Ich zerstöre sie alle, aber für schonen Spurs Anhänger. Handle rasch, bevor die Niederträchtigen die Oberhand gewinnen. Wir beruhigen. Nicht schießen aufs Ziel, wenn empfindlich dabei. Aber wenn nötig, du kannst beruhigen mit... Was? Was? Ja. Wahrlich Spur, der hat uns seine Hilfe gesagt. Es gibt uns... Es gibt dich sofort ins Harry. Nosea-System. Und bringe Spur. Es ist heiliges Feuer über die Bösen. Du hast dafür... Ja, dann... Muss halt Geld. So verlieren das auch. Also, wo muss ich hin? Ja, ist ja nur am Arsch der Welt. Und... Huch. Habe ich mich jetzt erschrocken. Ja, ist schön. Ui, hallo. Glückwunsch, du hast dir den Titel Kommodore verdienst. Deine Bündnisflotte kann nun ein weiteres Schiff aufnehmen. Cool. Aber... Wo ist denn das Gehirnwäsche? Hallo. Äh... Ja. Infizierte. Irgendwas ist hier... Verstehe ich. Wo sind die Feinde? Hallo? 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 Ich verstehe irgendwie gar nicht was hier... Ich verstehe hier mal gar nicht, wo die Feinde sein sollen. Ich will hier aber auch einfach nicht irgendjemanden angreifen. Ich verstehe hier gar nichts, was hier los ist. Ähm, ich speichere einfach mal. Ich will auch keine Verbündeten angreifen, sonst ist es kacke. Hallo? Wie soll ich die denn finden? Das Radar zeigt mir auch nichts an. Oh. 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 Hm. Ja, ich habe nur keine Ahnung. Hä? Hä? Ich verstehe gar nicht, was ich hier machen soll. Was sind hier die Infizierten? Sind das diese Viecher hier? Ich schieße die einfach mal ab. Hallo? Oh. 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 Ich verstehe. Irgendwie ist hier aber nichts. Irgendwie kann ich hier gar nichts machen. Ich verstehe ja voll nicht, was hier passieren soll. Ich dachte, ihr werdet sich hier irgendwie angegriffen oder so. Der Pakt des Noschreiches garantiert unseren... Ich mache jetzt einfach eine andere Mission, das stimmt nicht zu blöd. Der Pakt des Noschreiches garantiert unseren Bürgern, dass es keine Tyrannei gibt. Nun hat eine anders denkende Minderheit die Kontrolle auf dem Planeten Giotus an sich gerissen und befestigt seine Städte. Hilfst du uns dieser Revolte nie, dass für irgend die Gebühr aus Planeten Giotus zu befreien? Die gewalttätigen Dissidenten ermahnen die Verteidigungsgeschütze in allen großen Städten des Planeten Giotus. Aber ich will ein Bündnis. Danke. Ja, lad mal auf. Irgendwie... Was auch immer. Scheiß drauf. So, mach ich einfach das hier. Irgendwas ist da jetzt. Du siehst doch nicht böse aus. Das schon, du wärst schon einer von den Bösen. Ach, du bist mein Verbündeter. Jetzt hab ich's verstanden. Alles klar, jetzt hab ich's verstanden. Nkhills Ig-1. Mmh. Dены Bösen.